Guess who's back? Na na na. Sherlock's back? Na na na. Guess who's back? Guess who's back? Creepy Watson! Ja, willkommen zurück. Äh... Wir sind wieder in Woodmans Lee und suchen jetzt das Logbuch von 1883. 1883. Das ist der, den ich brauche. Das ist der, den ich brauche. Das ist die Kruel-Liste des Sea-Unicorns. Die Kruel ist wohl zum ersten Mal. Henry Joy. Was können wir denn da untersuchen? Ist hier vielleicht irgendwo ein... Neelie bei? Marthrose... Hm. Log-Notes für Juni. Nichts Unusual. Das ist die Kruel-Liste. Das ist die Kruelliste des Seahunikornes. Das ist der Kruelliste des Seahunikornes. Das ist der Kruelliste des Seahunikornes. Nein, 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 nein! Nichts ungewöhnlich. Nacht zwei weitere Schiffe gesichtet. 76 Grad, 20 Minuten. Einer heißt Minuten, ne? Einer heißt bestimmt. Nord und 20 Grad, 45 Minuten Ost. Mittwoch, 14. Juni, mittelstarker Wind aus Osten. Heute keine Wale gesichtet, verdammt. Okay, okay, ja, Koordinaten. Leichter drehender Wind den Tag über. Anderes Walfangschiff, weit im Norden gesichtet. Ja. Samstag, 24. Juni. Starker Wind aus Süden. Werden nach Norden segeln. Vor einem Jahr gab es viele Wale dort. Ja. Lognotes für Juli. Ei, ei, ei. Auch nicht, vielleicht im August. Lognotes für August. Diese Pages wurden weg. Lognotes für August. Ja. Canadian Pacific Railway. CPR. A torn piece from a Bond Certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. Oh, ich auch. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. Ja, das machen wir nicht. The last one would be to locate vital witnesses. The sailors involved in this whale hunt campaign. Ich weiß aber, wo ich das mit dem CPR gesehen habe. Aber ich kann es mir ja jetzt nicht angucken hier. So. Moment. Wo haben wir es denn? Und da. Ich möchte es mit dem... Ja. Genau. Da sieht man es schon. CPR. Da. Da steht es. Ja. 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 Ja, 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 ja. Und die gehört wahrscheinlich seinem Dad. Für Wiggins. Für Wiggins. Okay. Haben wir auch einen neuen Ort, den wir besuchen können? Nein. Warum nicht? Ähm. Er müsste irgendwo in der Baker Street sein. Ja, dann... Warum habe ich denn das andere noch nicht? Ah, nein, jetzt sind wir ja noch nicht fertig. Wir untersuchen den Ort ja noch. Auf in die Baker Street. Welcome, man. Welcome to that Baker Street. Da, 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 da. Ich habe übrigens ganz viel Traubenzucker. Hört mal. Geil, ne? Mit Kursch-Geschmack. Damit ich besser nachdenken kann. Damit ich mich besser in Sherlock's... ...Personen hineinversetzen kann. Das ist geil. Habe ich irgendwas Neues? Nein. Wir müssen auch noch herausfinden, was es mit dem blöden Gärtner auf sich hat. Das ist nämlich bestimmt einer. Hört man das jetzt? Wartet mal. Schmackofatz, ne? Schmackofatz. Klar, wo denn sonst? Die Spezialisten? Ach, die Kleinen. Ich dachte erst, Wiggins wäre der besoffene Seemann. Aber nein. Ein paar Beispiele, die Kursch-Geschmack. Die Kinder sind überall. Sie sehen und hören alles. Und sie sind künftig. Alles, was sie brauchen, ist Organisation. Ich werde sie besuchen. Wie solltest du das tun? Es gibt immer eine Beine im Hintergrund. Ich habe nur, um ihn zu kenne. Läuft. Wiggins! Wig, 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 wig. Wiggins, could you come upstairs, please? Ja, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang, I can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got a look with a rum and the red lights are. Genau das. Wenn ich groß bin, werde ich auch Seefahrer. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Mhm. Ach, das habe ich jetzt schon abgeschlossen. Na, aber er sucht doch erst noch. Ach, das hat mich gegründet. Oh, 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 oh. Na, gemütlich. Ach, ich rede lieber mit Tobi. Oder auch nicht. Ach, Tobi. Gut, dann mal auf zu Inspektor Lathrat. Nach Scotland Seat. Wann kommt hier fortfahren? Ah, da ist fortfahren. Geht doch. So, wo ist denn der? Ach ja, verschlossene Tür. Natürlich. Ja, er nicht mit uns zu sprechen, aber wir machen ihn. Natürlich. Ich hoffe es. Ah ja, und noch etwas anderes. Der Künstler hat mir gesagt, dass der Künstler, einen Mann schreibt. Hast du das? Natürlich. Das ist in der Begründung. Auf Ihren Begründung. Verwiss das mal, Herr Owens. Ah, abwarten. Stand Hurdley auf der Liste drauf? Ja, untersuchen wir erstmal die Gegenstände von lieben Hurdley. Das ist Corneligan. Oh, wir sollten vielleicht mal... Ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht mal die Stiefel mitnehmen. Ah. Fehlerhalter. Ja, was hat er geschrieben? Die Spanien sind frisch. Sie können mit den richtigen Chemikalien entfernt werden. Oh! Das heißt auch in die Barker Street? Ja, das habe ich abgeschlossen. Was kommt als nächstes? Beweise. Analysieren. Der Brief, den Hurdley bei seiner Verhaftung trug, er ist nahezu vollständig mit Tintenflecken überseht. Okay. Das werde ich dann wohl dem kleinen Stinker mal zeigen. Damit werde ich zu Woodmans Lee. So, und damit geht es wahrscheinlich in mein Laboratorium. Hauf in die Barker Street! Oder soll ich erstmal mit ihm schnacken? Wo ist denn der kleine Stinker? Ja, schnacken wir erstmal ne Runde. Hehe. Müsste schon sehen. Ich bin cooler. Ja. 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 Wir werden sehen. Genau das tun wir jetzt. Wie wärs mit buschiger Augenbrauen. Okay. Das ist wohl nicht was bedeutet. Aha. Ja. Ja. Eine alte Narbe. Cool. Der hat fast so eine wie ich. It's magic. Na na na. Taschentuch mit Haubenmeise. Haubenmeise kämen wir doch schon irgendwo her. Ja. Ja. Pflanzenreste. Hände eines Gärtners. Ja. Genau. Ja. Ja das ist jetzt schon ziemlich offensichtlich. 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 Okay. Jetzt geht's erstmal. Was? Analysieren. Ja das machen wir. Wir. Äh. Ab in die. Äh. R Street. Lübecker Street. Achja. So ne schöne ruhige Kutschfahrt. Hat doch auch was. Können wir schon die. Naja wir können ja mal gucken ne. Aber. Kein Gärtner. Ne. Wir müssen das ja alles erst noch irgendwie wieder beweisen. Und ich will mich auch da noch nicht entscheiden. Ob es Glück war oder. Muskelkraft. Wer kennt sie nicht? Die alte Muskelkraft. Also wer der Bild von mir gesehen hat. Ich kenn sie definitiv nicht. Aber ich hab sowas schon mal gesehen. In Rap-Videos. Mit Kollegah und so. Ja. So. Äh. Ein neues Suspekt. Aber das. Meine Analysiertage. Hm. Das ist korrekt. Stellen wir den Brief mal wieder her. Ja. Ach shit. Okay. Und die blaue. Was? Ähm. Alle sieben müssen benutzt werden. Dann machen wir mal. Ja. Ja. Blau. Ich. Ich. Es ist bestimmt falsch. Ähm. Grün. Blau. Oh. Oh. Aber das geht bestimmt richtig schief. Orange. Äh. Orange. Das müsste. Also. Theoretisch klappt das. Hätte es schon aufgehört, wenn ich falsch gelegen hätte? Das. Was ist das? Hahahaha. Hup, hup. Okay. Das war dann doch kein so schweres Rätsel. Ähm. Muss ich noch? Achso. Ja. Okay. machen, dass wir machen müssen, vernünftig, so. Haben wir alles? Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast, aber ich bitte dich, überlege es dir. Und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du mich... Damit du Bescheid weißt. Ja, das machen wir auch noch, aber... Was ist da neu zugekommen? Liam Hurtleys Brief und die fehlende Blechkiste sind es nicht. Okay. Naja, kein Gärtner, ne? Achso. Ach, weißt du... Ich fahre erstmal los. Und zwar nach... Nach wer red's? Genau. Woodman's Lieb. Woodman's Lieb. Ach ja. Guck, jetzt hätten wir auch die Herleitung machen können. Gucken wir mal nach, ob die Schuhe ihm passen. Also ihm. Dem Beet. Schuss. Ach, komm schon. Immer das Biefi-Geräusche im Hintergrund. So. Da sind sie. Untersuchen. Ja, bitte. diese boot match so mit wem reden als erstes jetzt können wir aber keinen gärtner und Dings da. Hehehe. Ist es das hier? Nein. Das da unten ist es. Liam hört, dass Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gäbe kein Gärtner in Woodman's Lee. Wo spreche ich sie jetzt drauf an? Die Schnitte? Sollte ich sie mal drauf ansprechen und fragen? Ob sie Liam Hurtle kennt? Liam Hurtle? Ich? Hey, Schnitte. Du hast da noch ein paar Sachen zu beantworten. Das Name Liam Hurtle bedeutet nichts für dich? Nun, ich weiß nicht niemanden über diesen Namen. Danke, Frau. Alter. Sie lügt mich an. Eis-kalt. Eis-kalt. Erfragen, erfragen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Auch nach Scotland Yard. Wo wir schon bei Ja sind. Scotland Yard. Scotland Yard. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kann man machen, muss man aber nicht. Das sieht irgendwie ganz herz aus, als wenn Sherlock spitzen würde, ne? So ein bisschen. Aber es ist bestimmt auch richtig warm in so einer Kutsche, so mit den ganzen Stoffen und die Sonne knallt darauf. Wahrscheinlich. Schlecht rasiert ist der Freund auch. Aber, hey, was willst du machen, ne? Kannst du nichts machen. So, wir reden mit Liam Hurdley in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar, empfehlt mich weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder.